Bestätigt, diese Reuels kommen Papst Benedikts Beisetzung. Sie erweisen Papst Benedikt XVI Römisches Kreuz 95, die letzte Ehre. Am vergangenen Silvestermorgen war der emeritierte Papst im Vatikan verstorben. Zuvor hatte er mit schweren Atemproblemen zu kämpfen, laut seinen Vertrauten soll er sehr krank gewesen sein. Morgen wird der gebürtige Bayer in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. Neben vielen wichtigen Politikern stehen auch ein paar Reuels auf der Gästeliste, doch wer genau? Wie Hallo, nun berichtete, stehen ein paar Reuels auf der Gästeliste, um Benedikt die letzte Ehre zu erweisen. Beispielsweise wird Königin Sophia von Spanien, 84, in Vertretung ihres Sohnes König Philippe, 54, anreisen. Zudem werden auch König Philippe, 62, und Königin Mathilde von Belgien, 49, dabei sein, wenn der Papst zur Ruhe getragen wird. Von den britischen Reuels wird hingegen keiner nach Rom reisen. Die Beisetzung überträgt morgen das ZDF von 9, 5 Uhr bis 11, 15 Uhr live vom Petersplatz. R. Die Trauerfeier wird sein Nachfolger Papst Franziskus I, 86, leiten. Als Gast aus Deutschland wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, 66, erwartet. Mit der Beisetzung ist jetzt.